Na, fragt euch auch, was die Lokalpresse titeln wird? Halbnackte, unterernährte Rheumapatientin läuft in Vorschule, Amok. Ja, und ihr seid die Ersten am Tatort. Herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Wir spielen wieder Spirit. Seit Monaten, möchte ich hinzufügen. Also bitte verzeiht einige Unzulänglichkeiten. Aber das seid ihr ja bei meinen Videos sowieso gewohnt. Pah! Mal schauen. Wo sind denn die kleinen Pisser? Sag mal. Nicht hier. Fragezeichen? Äußerst viele Fragezeichen? Generatorallergie oder was ist los? Bricht das aus? Ist das auch was, was aus China kommt? Warum habe ich noch Abonnenten? Nee, was? Seriously? Bin ich ja alleine reingespawnt oder mache ich mir hier einen schönen Tag oder was ist los? Warte mal, da unten sind sie im Godhouse. Ah! Also, nicht. Junge Dame. Auch hochauflösende Scratchmarks. Quasi HD. Claudia. Der Sepp ist da. Hätte da nicht noch ein bisschen warten, denn es ist immer so. Es ist immer so, wenn man Haunted Ground Level 1 mitnimmt, Alter. Ich will jetzt die, die dafür verantwortlich ist für den Schaden. Für den Dachschaden. Scheiße. Ah, jetzt habe ich auch noch den sicheren Down hier aufgegeben. Fudge. Haunted Ground 1 ist so trash. Oh, wait. Wait, 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 wait. Nice. Nice. Oh, die mit der Taschenlampe. Dich würde ich sowieso loswerden. Kleines Würstchen. Wunderbärchen. Das hat besser geklappt. Och, da, die hielt sich. Och, mh, mh. Wie beim Zuckerbäcker, Leute. Dieses Spiel ist mein Leitgericht. Da kriegt gleich ein Jen um die Ohren. No. Finger da weg. Wo ist die? Ach, die ist hier weitergerannt. Lol. Wir sind nicht in der Nähe. Ruin tut gerade seinen Job. Da kann ich hier beides saven. Den Haken und, äh, passt auf. Den Jen. Okay, das war weird. Ich habe einfach sinnlos in der Game rumgeschwungen. Warte mal. Ist bestimmt wieder da, oder? Ja, ich höre es doch. Finger weg, sag dich. Alter, Clodets Outa Husa. Was ist denn hier los? Clodets City, oder was? Warte mal, jetzt, jetzt hebe ich dich aber auf, Herzchen. Jetzt bist du aber an der Reihe. Die machen den Jen nicht, Alter. Ich werde ihn bis aufs Messer verteilen. Komm, deswegen, deswegen schicke ich dich jetzt auch da hin. Hehehe. Ist da jemand dran? Ja, ist jemand dran. Oh, süß. Sie wollen ihn unbedingt. Klingt. So. Detective Tab, Alter, du alter Aufreißer. Ist ja mit seinem Harem am Start, Junge. Oder hast dich in der Lobby geirrt. Okay, Hook Trade ist perfectly fine. Das passt schon für mich. So, komm her. Niemand wird den Jen nie wieder anfassen. Bam. So, Frau Lenz. Komm ran auf den Meter. Euer Rudelführer. Der, der ist in einer zwielichtigen Position. Oh, guck sie an. Sind sie nicht süß? Oh, sie hat den Heal bekommen. Oh, sie hat den Hit bekommen. Ich weiß, das tut jetzt weh. Jetzt zwickt jetzt ein wenig. Yeah. Yeah. Spirit. Mind Game, Leute. Out Mind Gamert. Ich hab einfach den überlegenen Verstand. Ich hab nicht einfach bloß Maustaste 2 und dann 1 gedrückt und hat ein Headset auf. Nein, ich habe sie Out Mind Gamert. Nice Heal. In solchen Situationen merke ich, was Nurse's Calling eigentlich für ein geiler Perk ist. Weil Leute es gewohnt sind, an so richtig bescheuerten Positionen sich zu heilen. Und mir preisgeben, dass sie gerade komplett schlechte Plays machen. Was egal wäre, wenn ich diesen Perk nicht mit hätte. Aber es ist nicht egal. Warte mal. Ich werd die mal los. Das nervt mich das irgendwann nachher. Oh. Den muss ich da sehen. Renn einfach auf sie zu. Big Stun. Huge Stun. Detective. Oh, Mama. Was ist denn da los, Alter? Werfen die denn mit Handgranaten oder was? Kein Decisive Strike vor allem. Nice. Da waren doch hier gerade 3 Stück. 3 Stück waren doch hier. Wo denn eigentlich? Oh. Stippity Step Step, hab ich gehört. Kleine Füßchen. Die tippelten da auf meinem Boden entlang. Krieg ich sie? Da war ein Busch. Da, ich weiß nicht. Claudette, ob du es mitbekommen hast. Da, wo du gerade dein Face reindrücktest. Ja, das war wohl ein Busch. Ja. Ich glaube, das war einer. Ich hab da, der ist. Oh, oh, oh. Nein, sie fassen Generatoren an. Wir haben schon dröwen Ufzig Hooks. Und noch kein einziger ist hochgegangen. Das war die große Mauer von Badham hier, Alter. Sag mal jemand Genghis Khan Bescheid. Guck dir das an. Da ist kein Fenster. Ich hab gerade gedacht, ich hab jemanden gehört. Ich hab wahrscheinlich jemanden gehört. But I don't care. Ich muss den Jen aufhalten. Das war wieder das Feuer. Das kriegt mich jedes Mal. Die haben den... Das war... Die haben mich bamboozelt. Leute, sie haben mich bamboozelt. Sie haben mich gekriegt. Sie haben den nur mal kurz berührt. Und jetzt? Der ist komplett regressed. Oh, rip you. Oh, ich höre einen. Ich sehe auch einen. Oder einen, ne? Ach, du schon wieder. Ja, Claudette, du tust mir auch wirklich leid, Herzchen. Aber du bist aber die Einzige, die ich finde. Also die Erste. Was soll ich denn machen? Der überlegene Verstand. Lieber Kommentarbereich. Spirit ist so nussig. Spirit ist einfach nur so ein dummes Design. Was soll sie denn da machen? Halt, wenn sie wegrennen, dann wenn ich mich wirklich beame, dann kriege ich sie ja auch. Das ist bescheuert. Naja. Sie hat es erlebt. Sie kann, ja, move on. Geh ins nächste Game. Oder schreibt einen Reddit-Post. Oh. Oh. Sie tun Sachen. Sie sind fleißig. Und schon geht deine Arbeit zunichte, Alter. Was ist er denn? Wetten im Keller? Ich kann es mir irgendwie nicht so richtig leisten, danach zu sehen. Oh. Da arbeitet auch jemand. Moment. Dann erledigen wir erst das. Alter, ruin OP. Please, nerf. Das ist halt so geil. Wenn du es actually schaffst. Ah shit, falsche Seite. Oh, mach gar kein Ding. Wenn du so auf mich zurennst, dann passt das. Du besserst deinen eigenen Fehler mir gegenüber. In Ordnung. Easy. Wenn du es schaffst, halt Map Control zu haben und die Generatoren zu pressern, würde ich sagen, belohnt dich das neue Ruin so krass. Da würde ich sogar fast sagen, das ist stärker als das alte einfach. Weil es gerade seinen Job richtig gut macht. So, pass auf. Irgendwer ist jetzt da wieder unten. Vielleicht der Detective? Ah. I knew it. Schon wieder in den Keller willst du dich verstecken, du Hampelmann. Jetzt ist er da runtergesprungen, hat noch seinen Stun mitgenommen, deswegen kam er nicht weg vom Fleck. Tja. Ja, das mit dem Detective war gerade geraten, aber ich weiß gar nicht, warum das Blut gerade geleuchtet hat. Habe ich Addons? Das macht das doch nicht immer, oder? Oder war das einfach, äh, hat die Grafik nicht, nicht zeitig genug richtig geladen oder so? Okay, mein Freund. Ich könnte jetzt ein Lieber-Spirit sein, aber ich bin eigentlich gar nicht so nett, wie man immer behauptet. Ich würde euch schon alle kriegen. Das gibt mir so innerliche Befriedigung, dass ihr es in vergangenen 10 Minuten nicht geschafft habt, einen Gen zu machen. Und wenn ich dann noch alle von euch mitnehmen kann, dann ist mein Tag gerettet. Glaubt mal. Hmm. Die Map ist halt auch gar nicht mal so klein, wenn es drauf ankommt. Tut es mir jetzt da ein bisschen leid. Ich benutze dich als Bait. Oh! Never mind. Ich bin gleich wieder bei dir, Schätzchen. Harre da mal noch ein Minütchen aus. Wobei, das könnte eine Weile dauern. Shit. Sie hat auch noch das gute Fenster. Ich habe sie nicht verwundet, deswegen habe ich so ein bisschen Angst, dass ich sie dann nicht mehr höre. Wait for it. Wait for it. Wait for it. Wait. Just one more second. Eine Sekunde noch. Sie weiß überhaupt nicht, wo ich hingegangen bin. Wait, 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 wait. Und... Jetzt! Das war alles nicht geplant, auch wenn ich es so tue. Sie geht da runter und hebt den Tab auf. Wait. Oh. Sie ist wirklich runter. Shit. Nice blind. Ist deine Zeit verschwendet, Alter? Wo soll ich denn da jetzt hin? Hier geht es nur geradeaus. Das ist doch dumm. Alrighty. Kein Tab hier. Warte, ich höre den doch. Ist der oben? Ist der hochgekrabbelt? Oder im Keller? Der ist im Keller, ne? Bau. Fressen in die Raben. Macht der Reiter. Lums. Sorry. Das hat mir jetzt echt gerade ein bisschen leid, aber, äh, ich meine, die Points, Leute, die Points. Mom, ich muss doch meinen 4K kriegen hier. Mom, ich bin der Killer. Ich beanspruche das. Wow, das war... Das war... So dieses andere Game. Oh, 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 oh. Und die Kirsche auf der Sahnehaube. Meine Güte. Was für ein Spiel. Ruin OP. 13 Minuten. 5 von 5 Gents. Nice. Alrighty. Naja, sie haben es jetzt auch nicht besonders gepusht. Sie haben ja Zeit mit Self-Helen verbracht. Yikes. Alter, das Matchmaking. Das ist aber nicht bueno, ey. Äh, ich meine, ich meine gut. Ja, naja, es ist Rank Reset, ne? Ähm. Ähm, die Leute sind eigentlich auch höher, als es da jetzt, als es da jetzt angezeigt wird. Versteht ihr, was ich meine? Also, normalerweise, es sind einfach nur noch nicht aufgerankt, so. Von daher ist es vielleicht weniger schlimm, als es jetzt tatsächlich aussieht. Also, das sind alle mindestens, äh, Leader-Ränge, so. Zumindest jetzt vor dem Rank Reset. Schätze ich mal einfach. Okay, liebe Leute, das war ein nettes Game. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Haut rein und macht's gut.